Freunde, es gibt keinen Countdown mehr. Ich bin am Flughafen und das heißt, es geht gleich nach Korea. In der Familie ist es ziemlich überall verteilt. Da hinten haben wir Papa und hier ist Mama. Keine Ahnung, wo Henry ist. Da haben wir auch schon unser Kamel. Machen wir uns doch in diesem Chaos fertig und ich erzähle euch, warum ich überhaupt so schnell und dringend nach Korea muss. Wie ihr mittlerweile schon wisst, arbeiten wir gerade... Ich bin in die Hose gepisst. Warum? Was war es wirklich? Apfelschonung. Es geht um das Projekt Jepruder X Bauschi und warum X Bauschi? Weil Bauschi zwei Produkte rausbringt. Henry, freust du dich? Ich will sowas. Ich sage ja, ein Chaos. Auf jeden Fall, ihr habt mir das schon ein bisschen geteasert und ihr dürftet in den Kommentaren raten, um welches Produkt es sich handelt. Wir arbeiten schon seit einem Jahr dran und ich muss das bis jetzt die ganze Zeit geheim halten, aber bald wisst ihr mehr. Wir sind auch so gut wie fertig, aber ich muss die Produkte noch absinken und deswegen müssen wir so schnell nach Korea. Das ist dann der finale Schritt und ich bin mit den Samples jetzt schon so zufrieden. Das heißt, das Produkt wird perfekt. Ach ja, es sind zwei Produkte und das Motto ist Glowy und Glassy. Ich glaube, ich mache heute nicht so viel. Wir haben einen Zwölf-Stunden-Flug vor uns. Aber wer weiß, nachher treffe ich noch meinen Airport-Crush. Meine Eltern sind schon richtig aufgeregt. Ich glaube mehr als ich. Diesen Samstag gibt es schon die nächste Neuigkeit und ich bin so gespannt, wie ihr es finden werdet. Und mit ganz viel Glück, bitte drückt mir die Daumen, sind die Produkte nächste Woche schon erhältlich. Ihr könnt ja schon mal raten, um welche Produkte es geht und dann sehen wir uns drüben.